Die Salzburger Eisenbahntransportlogistik GmbH, kurz SETG, steht als neutrale, konzernunabhängige Bahnspedition für ein umweltfreundliches und schnelles Transportsystem per Bahn. Das seit 2001 in Salzburg firmierende Unternehmen mit seinen elf Mitarbeitern ist für gute Planung, Pünktlichkeit, Flexibilität und für eine kurzfristige Umsetzung von Aufträgen, sei es nun im Bereich Eco-Cargo, Eco-Shuttle oder Bahnlogistik, bekannt. Ein ökonomischer und umweltfreundlicher Transport wird durch moderne Waggons mit hohem Ladevolumen und leistungsstarken Lokomotiven garantiert. Das europaweit tätige Unternehmen stellt für jede Warensparte den optimalen Waggontyp zur Verfügung und organisiert bei Bedarf, Umschlag, Lagerung und Zustellung per Lkw. Die SETG erfüllt mit ihren Vertragspartnern die gesetzlichen Voraussetzungen, das europäische Schienennetz privat zu nutzen und ist somit in der Lage, Güterzüge mit privater Eisenbahn abzuwickeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.setg.at